So, jetzt hier, die machen wir nackig jetzt. Die habt ihr schon nackig gemacht. 2, 2, 2 machen wir noch. Timo, Ruhe! Du meinst, wie der dann nachher nennt, du Fischi. Oh, geil! Teuer! Timo! Timo kommt schon wieder. Leistung. Nieser, Leistung. Irgendwie was los. Hier, Brudelbildung, musst du filmen. Gast ist bei uns offen. 5-0, Spielabbruch. Einfach ignorieren die von hinten. Ich bin sauer, dass wir hier sitzen können. Haben wir Pullover irgendwo hier sind oder so? Jacke. Hier musst du aufstehen, ihr habt hier schon länger. Hier willst du die haben, hallo? Nee, ich brauch ne Jacke nicht haben, ne Pullover. Ich hab hier so ne Dings da, Regenjacke. Hier ist es. Du, willst du die haben? Danke. Dann geh ich jetzt. Hier ist, wer denn frei darüber überhaupt noch Knobeln gewonnen hat? Hast du den Pokal behalten oder? Jo. Ein Gegenfor. Ich hab das erste Mal mitgekobelt. Und ne gleiche Scham, wir haben den Pokal gekauft, für 10 Euro. Ah. Wird der 1? Ja, genau. Was gleiche? Jo. Jetzt kommt der Kleine. Ja? Und die waren nachher schon richtig frei. Hauptsache, der muss nicht gegen Ritze spielen. Da waren ein, zwei Leute dabei. Habt ihr was zu trinken? Was magst du? Na, wunderschön. Nee, das ist nicht in meiner medizinische Erteilung. Nee, doch nicht. Ich weiß jetzt nicht, wie lange, aber... Hier steht er. Aber der spielt ja nicht. Also, der ist jetzt nicht reingemann. Na, ich hab mir gedacht. Das war wieder zu einfach. Das war wieder zu einfach. Die eine Minute rein. Nein. Nicht so wie du! Du! Aber wo sind die denn erst? Tabellenführer, äh, die gehen ganz, aber... Also nächste Woche mal, wenn kommt der letzte, dann kriegen wir dann wieder 3-1 auf den Rennen. Das ist logisch, ey. Und die sind auch immer, kommen immer drauf an. Ähm, normalerweise haben wir nichts. Wir haben bis jetzt noch nie gegen die gewonnen. Kuddelmuddel. Hey! Hey! Tschüs! Ich hab die Wette gewonnen. Schön! Da kann mich schon wieder ärgern. Da füllen wir 5-0, weißt du? Und ich muss um 4.5 Uhr gehen. Warum? Werder, guck mal. Musst du ja! Muss ich meinen Platz zu Hause reservieren. Ja, ich guck mal mehr. Komm! Komm! Hast du von die Jahre oder auch? Gestern rief Hütze ab. Sag mal, Mikey, was machst du denn heute? Der hat mich auch angerufen. Werder ist wieder morgen? Ich sag, ich guck Fußball, aber ich guck Konferenz. Guckst keine HSV? Ich guck bestimmt keine HSV. Aber ich hab ja nicht gesagt, dass ich mitwärts bin. Sonst, wenn wer da spielt, dann guck ich Einzelspieler. Ja, aber ich guck gerade auch mal an Konferenz. Und das ist doch alles hier. Und die Schiedsrichter sind schlecht an der Bundesliga. Nein! Wir haben da vorhin gewonnen. Vorhin, wenn du mal wirklich Konferenz guckst, dann kriegst du das ja überall in Bayern. Die hätten ja wohl 2 Elfmeterkriegen übersetzt. Also 200 Prozent. Ja, die waren sich zu viel sicher nachher. Die haben gedacht, mit der 2-0 der Schaubung gehen wir eben nach Hause. Die hat beide gespielt. Und die anderen ergeben sich ja. H2-1 verloren. Und Offenheim hat 3-2 gewonnen. Leverkusen gewonnen. Leverkusen hat gewonnen. Dortmund. 4-0, ne? Verloren. Gewonnen! Die haben's heute schon 3-0 gewonnen. Ja, das ist der Kuran. Oh! Was? Der war 5-0 vom Tor entfernt. Und da sagt der Sprecher noch, also Nationalstürmer, das ist eine tausendprozentige Chance. Weißt du, da brauchst du nur stehen, da brauchst du nur reinschieben. Und er steht da so. Hup! Zack! 3 Meter übers Tor. Ich hab kein Lach zu Hause. Also super schlecht. Und in der Woche? In der Woche hast du ja erstmal rein. Aber der steht komischerweise jedes Mal am richtigen Fleck. Ja! Aber das Ding hat er sich versaut hier. Ich mein, warum war das Qualifikationsstrich? Nee, das war EM. Wo er da auf 2 Meter vorm Tor steht. Und schiebt den da rüber. Kadir, weiter! Ein, mach's noch! Timo, fahr gleich mal hin. Ich möchte auch mal einen Einsatz haben. Aber nichts brechen, Alter. Wiederholen, wiederholen! Jetzt! Jetzt! Gut! Lang! Lang! Nee, 2 Wochen geht wirklich. Ja, wo du dann? Probier mal auf den Elfmeterpunkt. Gieß legen, pass auf! Und jetzt! Du bist schon im Weg! Das ist schon im Moment! Zischen laut. Oh mein Gott! Ein, der wird das! Fühlt? Ja. Wie ist denn das? Ich nehme Zeit, man! Ich nehme Zeit! Ein, dein, dein come hier! Wir werden es nicht! Das war klar, dann holt er wieder. Dennis, ruhig! Ja, ich auch.